Geht lang. Aber wir müssen nicht hier lang, oder? Ich weiß nicht, wo wir sind. Push. Ich stelle mir noch mal neue Munition her. Wir haben keine Hightrad mehr, ne? Oh, warte. Warte, warte. Jetzt kann ich... Jetzt kann ich... Genau, den dicken, ne? Nimm mal den dicken. Das würde er auch gehen. Ich lass es mal. Ich warte erst mal. He's nothing. He's all nothing. Ah, ich hatte es mir erst abgast. Schade. Oh. Oh nein, das kotzt sie. Ja, komm. Auf zu kotzen. Komm. Komm. Oh, shit. Oh, shit. ekelhafter ich mach nix und jetzt da haben wir ein kabel der kotzt dem meister her die haben wir gar nicht getroffen hier gehts nicht weiter ich kann nicht machen was ich will schreibe meinen Kopf gegen die Tür warte mal ich weiß eh immer viel der Typ hat da auch ein ätzeln kann ich dem sein mitnehmen habe ich doch jede menge wenn ich das abzweige jetzt haben wir ein kabel so aber wir haben ja noch einen anderen Weg ne hier hier gehts auch nicht lang oder ist es nicht zu doof um die Türen zu benutzen kann natürlich auch sein so warte mal äh es geht nicht hoch wunderbar und jetzt äh wofür brauchen wir ein netzkabel wofür brauchen wir noch mal das netzkabel äh aufzug hier wie wo wofür da fehlt aber noch was was genau geht mir das denn her ich werde es übersehen aber ein ganzer abschnitt irgendwie ne weiß ich denn man nicht dass eine hier war ja nur das hier war ja nix ob jeder abschnitt war ich nichts die war zu dass sie den tisch dann nicht weg rahmen kann was ich ja durch zwängen kann ich verstehe es hier nicht man dort oder ich gehe hier offline ein bisschen schon kommen wir schauen mal auf also schon mal offline und wir sehen es dann beim nächsten aber weil ich was gefunden habe bis gleich ja willkommen hier zurück ich bin gerade in dem abschnitt reingeflogen da kommt mir das ding entgegen habe ich mich erschrocken oft kein einfach da und drei wir waren doch schon mal hier warum hey kommen jetzt die viecher her verstehe ich gerade jetzt nicht ich gehe gleich die dinge zu spüren der kriegt gleich ich sage eben im sack kartoffeln ein wunderbar ja kannst dich rumwickeln das ist etwa vier hier war ja nix ne ich sage ich alles abklappüstert hier rechts ging es nach irgendwo hin ah hier ist die tür wo ich reinkam jetzt haben wir die waffe aber wenn ich da runter springe das geht ja nicht komm ich ja wieder hinten aus also hier kommen wir auch nirgendwo lang hier waren zwar zwei viecher auch entfernt sind auch eben wenn ich hier sehen wäschchen untergeplumpst hier läuft hier mit mg rum ey volle kranke das ist die frage wohin oder wir gehen noch mal hier die etage ganz unten hier haben wir ja ein zwei fischer 4 aber ist gar nichts oh warte mal das können wir auch machen ach tschüss pulver wir töten den auch das war easy gg easy alles klar das schild da ist der eklige stück da ansonsten mehr alles warte mal kann man kann man das ding mitnehmen es geht nicht mehr die tür wir zu warte mal fahrstuhl was geht das ja maybe maybe da dürfte eigentlich gehen so genau das kommt dann hier rein das ist die etage kämmer ja wo waren wir denn jetzt nicht ich weiß ich gar nicht er warte oh ok hier wer wartet eigentlich ich kann mal wieder einsammeln von beiden seiten ich kann über die tappgeräusche Okay. Wer soll denn warten? Ja, der Raum ist, äh, schnieke. Aber hier, inzwischen kann auch mal was sein. Hab ich gelernt. Kommt jetzt was, Kampf? Oh. Schau mal. Keaton Graz, jede Menge. Sollte mich eigentlich freuen, aber die Musik macht's nicht besser. He he. He he. Ah, scheiße, Männer. Der Arsch. Ah, au, au, au. Aua. Ich hab meine Bombe weggemacht. Aua. Bäh, ekelhafter. Bäh. Widerlicher Typ, ey. Äh, ey. Ey. Äh, ey. Oh, da kann man jetzt nicht machen. ich komme zu oh in relation hey hey Feile Bosskampf, wa? Uiuiui, wir kriegen zu viel davon. Neun Stück. Ah, die stacken. Okay. Warte mal, wir können kombinieren. Was ist mit der? Achso, die ist ja angeschlagen. Was ist denn mit der? Stell dich an. Ah, geht auch noch. Okay. Ich würde gern speichern. Okay, kann ich abschießen. So Lara läuft. Das ist er. Da ist er. Ach, der war da. In dem Raum. Oh nein. Ach, der ist so normal. Ich hätte es nie getan, wenn ich die Kontrolle gehabt hätte. Was meinst du damit? Ich bin kein Killerjunge. Auch nicht Marguerite. Oder mein Sohn Lucas. Ja, das glaube ich aber. Oder unsere Zoe hier. Die hätte ich auch gerne mal in Aktion gesehen. Sie steckt dahinter. Was zur Hölle ist sie? Was hat sie euch angetan? Sie hat uns mit ihrer Gabe infiziert. So nennt sie es. Ich fand sie in einem gestrandeten Tanker im Bayou. Das war der Fehler. Sie hat euch infiziert und die Kontrolle übernommen? Nein. So einfach ist das nicht. Sie macht nur... Sie dringt in deinen Geist ein. Haben wir gesehen. Und deine Seele. Du kannst dich nicht wehren. Du bist mit ihr verbunden. Und hast einfach diesen Drang zu. Du bist danach ein anderer Mensch. Genau wie Mia. Also hat mir Mia die Nachricht wegen Evelyn geschickt. Ach, hör zu. Das Mädchen will nur eine eigene Familie haben. Sie ist der Schlüssel. Okay? Du musst sie finden. Und aufhalten. Ethan. Befreie meine Familie. Bitte. Und wie? Soll ich Evelyn töten? Evelyn. Lass die Finger von ihm. Warum? Er liebt dich nicht. Ich kann ihn dazu bringen. Du ihm nicht wehren. Dummchen. Ich hab doch gesagt, ich werde ihn nicht wehren. Wo bin ich? Du bist nicht meine Mami. Erinnerst du dich? Oh, das ist Essen. Oh. Ich verstehe. Oh, nein, du kommst mit. Nein, nein, nein. Oh, nein, 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 nein. Nein. Was machst du da? Was machst du da? Du musst gehen. Oh, krass, ich kann mich für nicht mehr lange widersetzen. Oh, krass, ich kann mich für nicht mehr lange widersetzen. Nichts. Okay, kleines Miststück. Wo zum Teufel bist du? Ja, hast du doch gar gesehen. Die ist da hinten. Es ist deine Schuld. Es ist alles deine Schuld. Es ist alles deine Schuld. Es ist deine Schuld. Helikopter? Äh Äh Ich weiß nicht, wir müssen hier hoch Gott Kein Boss auf Kein Bock auf Bosskampf Außer da haben wir gar nichts dabei, ne? Ach, wie soll ich den denn kaputt hauen? Ihr seid doch Dann krieg ich das ne Waffe Ja, siehts aus Äh So ein Anschluss Ein bisschen weniger Ich will mal was vom Ersatz schicken Die wollen und so Salzbergwerk Da sind wir gerade Beobachten die von diesem Hubschrauber aus Das mach ich gleich mal Oh nein Alter, was So Achso, das sind die Kälwige Wer hat die dahin transportiert? Warte Warte Auf Sie haben jetzt Ah, gut, gut, gut Start schon Wäre ein bisschen unfair Ja So Ähm 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 Die Wir haben die Pistole Wir Nehmen Und Ja Warte mal erstmal Ja Messer Und Aber auch Überlebensmesser Nimm einfach das Ja Die Flinte Und Ich meine noch Fernsehender Maschinengewehr Ja Genau Ähm Das können wir aber trotzdem Mal mitnehmen Maschinengewehr Munition Verbesserte Pistolenmunition Ähm Ähm So Was haben wir denn noch alles? Die Triche Ähm Kraut Stimmt Heitränke Haben wir das? Ansonsten Ansonsten Stellen wir welche her Ah Hier Ja Ja komm Wie können wir auch Haben wir Schießpulver? Schießpulver Achso Sag mal Oh Alter Alter So Dann brauche ich das hier nicht mehr Okay Okay Wir haben Wir brauchen sechs Wir brauchen tatsächlich sechs Schöpulver 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 Dann haben wir nur zwei Das machen wir gleich Warte mal Ich mach erstmal hier Was hat schon Wird schon abgeschmiert Kann man speichern hier? Ja Ja Okay Wie lang geht das Spiel denn noch? Ich guck mal da Ja Alpha 1 Hier ist Bravo 1 Bitte kommen Hier ist Alpha 1 Bericht Habt ihr was? Eine Durchsuchung des Baker-Anwesens Hat keine Überlebenden ergeben Ich wiederhole Keine Überlebenden Wir fanden aber Hinweise auf einen Kampf Evelyn? Negativ Doch wir haben verschlüsselte Nachrichten Vom Sohn der Bakers Lucas an einen unbekannten dritten gefunden Du kannst dir wahrscheinlich denken wer das war Das ist großartig Lukas lebt ja auch noch ne Er soll im verlassenen Bergwerk südlich des Anwesens sein Ich werde nachsehen Roger Wir werden dich an den Koordinaten treffen Wenn ihr Evelyn begegnet Lautet euer Befehl sie zu eliminieren Ich wiederhole Eliminiert sie Speicherdome Noch nur mal Senf Hier gehts weiter ne Auch wenn es nicht aussieht wie in die Tür Ich werde nachsehen ich wollte eigentlich Dinge ins machen weißt du was wir tun den hier mal erstmal da hin weil da shotgun haben wir ja gar nichts weil die hier werden nämlich optimal gewesen komm her komm her komm her